Ignoriert bitte den Schmutzfleck auf dem Papier. Ich wollte eine Prinzessin Peach malen, aber dachte mir, als kleinen Twist könnte ich sie ja wie eine viktorianische Adelige aussehen lassen. Oder sowas in der Art. Oder so ein Kleid mit puffigen Ärmeln, schmaler Taille und fluffigem Rock. Die Skizze habe ich mit Buntstift gemacht und die gefiel mir eigentlich ganz gut, aber ich muss natürlich wieder die doofen Pinsel rausholen. Ich habe erstmal alles mit Aquarellfarbe und dann die Flächen mit Gouache angemalt. Mit so nassen Farben und Pinseln bin ich echt nicht sehr gut, also war das hier ein Lernprozess. Das Gesicht habe ich kurz komplett ruiniert, aber dafür sind die Buntstifter am Ende ja da, damit man mich nicht für komplett unfähig hält. Und da ist sie, die fertige Peach. Wer kommt nun wohl neben sie aufs Papier?